und jetzt der End ist 11.18 am Busseingang ich hätte rechts rum gehen müssen so ein oh i'll try the back door right here Die Scheiben eingeschlafen. Die Scheiben eingeschlafen hat sich gebrochen. zu tun das ist unwichtig so schuhe dafür aber wird sich steht aber 6 akut die andere größen Ich bin mir das gesiff. Irgendwie saufen die das alle. Eingeschlafen, sag ich doch. So, so. Halt. Wahrscheinlich nicht. Spulver oder sowas. Hm. Ich find hier jetzt nix. Das ist ein Zettel im Schrank. Wappen 2, Huntley Drive. Das spricht Motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband. Jacob could give us something to go. One of my FD sounds like this could be on the back of my arm. Hm? Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Hier? Wtf? Wtf? Ein Fühl. Galloway. Homicide. Bag number 564. Requesting technical services for suspected 459 at 142 North Union. Da ist bestimmt hier Ring drin. Ne, ist ein Licht. Ist nicht. Werst? Ist das nicht? Zufalls. Zufalls. Wie ist das? Nichts? Ja, Halt. Ein Bild. Dann denke ich. Eineuga Gara. Ein Bild. In der Neue Englisch. Eine Gara. Cirene, Frau? Acht. Die Gara. hat dringend und so ein fettes Ding fettig mit der ollen Wohnung hier waren wir hier waren wir hoch hier waren wir hoch sind wir durch ok dann zum nächsten ich fahre diesmal wo ist er denn schon wieder weil da ist ein blauer Punkt hier der Typ Nachbar Nachbarin hier hier LAPD Selene Henry Horgan Jennifer Horgan ich habe Selene vor mehr als 10 Jahre unser Kind mit uns zusammen was ist Herr Sie Henry vorhin ich bin nicht ich bin nicht aber Selene hat hat und sie hat Jacob hat 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 er hat 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 Anton hat hat So ist sie dann markiert. So. So könnte ich kein Funk mehr. Ich bin der letzte Nacht, er sieht mehr und mehr sicher. Ja, aber meine Geld, wenn die Haus aus dem Haus so sieht, dann wahrscheinlich es erneut. Skipper sagt, ihn in die Seite, aber wir werden die Hacks aus der Karte für ein paar Zeit. Ich bin mit mir. Also, das ist das Werewolf-Killer. Schön, dass du dich in deine Sicht bist, Cole. Ich habe immer gesagt, dass ich die Begräufe an den Begräufe an. Ich habe nur noch einen Begräufe an den Begräufe, als eine Anrufe an der Begräufe, dass wir offen haben, und ich bin mir immer noch so, dass es ist. ja erst bis es so ne so ne Quassel-Tankt und jetzt hältst du den Maul übernimmst das Maul soo fahren wir jetzt hier rein ohm wir machen jetzt mal hier in liegen mit Köpfen huah achten hat er gepasst soo ok Phelps, wir gehen in hart, wir folgen meinen Weg das ist nämlich eng hier alles jacob henry? ja wer fragst du? LAPD, du bist für den Mörder von deiner Frau, Selene Henry Mörder? Selene? save the dramatics for RKO pal, you got bigger problems what the hell are you talking about you come here you tell me that Selene is take a seat Mr Henry we're gonna have a look around, then we'll talk jesus ich bin... sorry ja ja viele durchsuchen mal gucken wo wir es finden Ob ich ihn irgendwo da anhängen können. Aha. Cool. Wir malen. Nächste, da versteht man nicht was. So, so. Den Stift wieder her. Er fehlt noch ein Stück. Ach, der wird abhauen. Guck dir das an. Scheiße, Mann. Okay, wie ist das? Hier geht es aber anscheinend doch nicht weiter. Schade. Hier geht es noch draußen. Habt ihr alle kein Klo, oder? soccer nicht mehr, oder? Det ist einfach nett. Okay. Vielen Dank.